Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, especially when it comes to the cannon Ja, make sure you think Especially the outside, the right hand, really quiet Ja, very good Ja, that's good Okay, when you're ready, we'll go to Canada Let's stay here on the circle Ja, okay, good If you can, try not to sit for A little bit more back Yes, good Okay, and then like, yeah, yeah, good And again, a little bit more back And then like Super Okay, and then back to trot Mmh, good Good, okay Super 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 Ja, that's what you can have a little bit Go back to Canada And, very good Good, and now we bend a little bit Increase So Good enough Good enough So, and again just a little bit A little bit Enough, yes Good Good Okay, and again just a little bit bent Yes Very good Very good It looks very comfortable And then go back to trot Mmh, good Good Ja Lass ihn nicht so lang, dass er dann anfängt rumzugucken Ja, so und sich jetzt eben noch so ein bisschen konzentrieren Ja, so und dann logieren wir auch gleich nochmal So schön Gut Gut Jetzt gehen wir nach dem Erdang Geben wir auf den Zentrum, dass du ihn runter hast Und dann, danach gehen wir die ganze Bahn So Ja, etwas runter Ja, ja, genau Liegen Liegen Und unten Mach das So 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 Gut 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 Und wieder zirkel Gut 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 und wenn du bereit bist Okay, Kärngang. Good. So, now bend it a little bit. So, there you go. Good. Ja, okay. Ja. There you go. That's it. That's it. Good. Yeah. Yeah. Good. 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 Yes, I'm back on the circle. Good. Good. And now we're going to the track. He speaks German. He speaks German, yeah. Good. He lifting another wider direction. Good. At the center here to move it or next to talk. Good. Look at all, get in focus. I hold it away. For the right direction. That's a okay figure. Let me draw it down. OK. Good. All right now. Und jetzt kannst du zum Schritt variieren. Einmal zum Schritt variieren. Rechtstellung. Ein bisschen Rechtstellung. So. Und Schritt. Rechtstellung beibehalten. Auch den Schritt. Leichte Rechtstellung. Beibehalten. Hier ist Schritt. Gut. Leichte Rechtstellung beibehalten. Und wieder antragen. Leichte Rechtstellung beibehalten. Gut. Schon durchs Ginn halten. Rechtstellung. So. Ja. Genau. So. Und dann wieder Rechtstellung. Ganz leicht variieren. Und wieder zum Schritt variieren. So. Mit Schritten. Ja. Ganz leicht Rechtstellung beibehalten. Dann ist es einfacher, hier durchs Ginn zu halten. Und wieder Trapp. So. Ja. Das ist nochmal besser. Gut. Schöne Rechtstellung. Gute Mehrstellung. Ja. Gut. Und wieder Trapp. Ruhigen Trapp. So ist gut. So ist gut. Schön auf dem ersten Zingel. Und wieder Schritt. Schritt eran. Und dann muss man das. Mangel, Gлек. Und dann geht's wieder nach. Und aufpassen, dass du nicht nach vorne rüberfällst. 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 Gut. Und aufpassen, dass du nicht nach vorne rüberfällst. Gut. Super. Super. Nicht schneller werden. Nicht schneller werden. Jetzt fliegen. Und schreien. Gut. 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 Sehr gut. Sehr gut. Und wieder Schritt. Ganz prima. Gut. Das ist gut für ihn, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Das Wichtige ist, wo man so bei ihm, wo es das losgeht, ist die Übersetzung. Bei einem Galopp. Das hilft ihm natürlich unheimlich, wenn er den Hals ein bisschen tiefer hat. Ja, ja. Ja. Im Trachtfeld immer sehr leicht. Ja. Im Galopp. In dem Haft ist gut. Ja. Im, im, im fully aware of that. Ja. Und I, I've just last week came through, where he's kind of letting himself drop everywhere. Ja, ja. Ja, das ist sehr wichtig für ihn, besonders in der Kampen. Ja. Ja, es hilft, wenn er die Kampen kommt. Dann kann er die Kampen sehr gut sein. Ja, dann kann er die Kampen sein. Ja. Ja. Aber wenn er, wenn er hier ist, wenn er hier ist, wenn er hier ist, wenn er hier ist, dann ist es so schön. Es wird gut sein, dass er ihn in einem Jahr oder so ist. Ja. ... Jetzt fangen wir Ihnen wieder mit! ... Vielen Dank.